BRG Steyr, liebe Schülerinnen und Schüler, es ist für uns alle eine schwierige und ereignisreiche Zeit mit vielen Herausforderungen. Manches läuft noch nicht ganz rund. Wenn wir aber geduldig miteinander sind und uns gegenseitig unterstützen, werden wir die Herausforderung mit Sicherheit gut meistern. Wir, Lehrerinnen und Lehrer, sind motivated und stolz auf euch. Ihr macht das sehr gut. Machen wir weiterhin das Beste daraus. Gemeinsam kriegen wir das Winnen. Sicher sogar. Aus.